Mein Name ist Thomas Leich, ich vertrete hier an der Hochschule Harz als Professor das Fachgebiet der Wirtschaftsinformatik. Die Wirtschaftsinformatik ist eine spannende Kombination aus den Gebieten der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre. Zwei Welten, die zunächst erst einmal sehr unterschiedlich sind, dennoch in der Praxis eine interessante Kombination bilden, die am Markt überaus gefragt ist. Seit vielen Jahren verlassen unsere Absolventen mit zwei, drei oder mehr Jobangeboten die Hochschule. Wozu braucht man eigentlich Wirtschaftsinformatiker? Nun, unsere heutige Welt wird immer digitaler, aber nur etwas digital umzusetzen hilft in den wenigsten Fällen, um damit Geld zu verdienen. Alle digitalen Ideen und Produkte müssen wirtschaftlich sein, um langfristig am Markt bestehen zu können. Dies umzusetzen ist eine der Hauptaufgaben des Wirtschaftsinformatikers. Zu den typischen Aufgaben des Wirtschaftsinformatikers gehören beispielsweise die Umsetzung, Planung oder der Betrieb von IT-Systemen bis hin zu ganzen IT-Landschaften. In großen Konzernen können solche Landschaften Milliardenwert sein. Meist wird in diesem Bereich viel Geld investiert und dadurch hat man immer mit den neuesten Errungenschaften der IT-Welt zu tun und somit wird der Job auch nie langweilig. Der Wirtschaftsinformatiker kann am besten mit einem Architekten verglichen werden. Nur, dass wir keine Häuser, Straßen, Brücken oder Tunnel entwerfen, planen, bauen oder diesen Bau begleiten, sondern wir bauen digitale Infrastrukturen. In Zukunft werden digitale Infrastrukturen definitiv wichtiger werden. Um solche IT-Strukturen wie beispielsweise einen Online-Shop oder eine Social-Media-Plattform oder sogar die neueste Software für ein autonomes Fahrzeug zu planen, zu entwerfen, umzusetzen oder dieses effizient zu betreiben, benötigt man Experten, die diese zwei Welten, das Management, also Betriebswirtschaftslehre und Informatik verstehen und diese sogar verknüpfen können. Damit ist der Wirtschaftsinformatiker ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Top-Management und den Informatikern, die solche Systeme umsetzen. Typischerweise ist der Wirtschaftsinformatiker, Berater, Projektmanager, Softwarearchitekt, Innovationsmanager, manchmal auch Softwareentwickler oder Tester. Dieses breite Spektrum ermöglicht es, sich auszusuchen, ob man entweder am Rechner arbeiten möchte oder stärker mit Menschen kommunizieren möchte und mit ihnen die beste Lösung herauszuarbeiten. Welche Voraussetzungen benötigt man für das Studium? Ich würde sagen Neugier und Kreativität. Wir setzen keine Programmierkenntnisse oder gar irgendwelche Programmkenntnisse voraus. Und zu guter Letzt kann man mit diesem Job leben oder auch Geld verdienen. Ja, und zwar sind Informatiker im Generellen sehr gut bezahlt. Wirtschaftsinformatiker im Speziellen sind die Gruppe der Informatiker, die am häufigsten zu den Top-Verdienern gehören. Das liegt daran, dass sie ganz oft im Management angesiedelt sind und sehr viel Verantwortung übernehmen.